Das neue Dommuseum Ottonianum ist eröffnet. Präsentiert werden archäologische Funde aus dem Umfeld des Magdeburger Doms. Die Kulturgeschichte von der Zeit Kaiser Ottos des Großen bis zum Ausgang des Mittelalters bildet den zeitlichen Rahmen der Ausstellung. Über 500 Gäste waren zum feierlichen Festakt der Eröffnung des Museums am 3. November in den Magdeburger Dom geladen. Im Anschluss hatten die Gäste die Möglichkeit, die Ausstellung im Dommuseum zu besichtigen. Ab dem 4. November ist das Museum täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.